hallo zusammen und herzlich willkommen zu let's play overlord und wir müssen gucken dass wir mal an die blauen schärgchen herankommen aber davor schnappen es hier noch ein bisschen was 3 4 5 5 6 und der rest wird mit denen hier aufgefüllt 21 stück und ich sehe gerade noch schöne sache das sind wieder ein paar aber auch nur ein paar kleine schäflein die werden wir uns mal kurz alle einheimsten denn warum nicht und 12 noch gucken haben wir die steuerung okay gut egal egal ich würde sagen könnt ihr das vielleicht noch nehmen das ständen auch noch irgendwie könntest du vielleicht erst oft dann das ist dann das ist nur dann das ist nur wenn es schafft so weit vor uns zu fliehen da ist es verdient in ruhe gelassen zu werden da müssen wir schon mal nicht mehr untergehen da war auch nichts und ihr bitte angreifen und töten mit tab kann man ja nichts mehr machen okay da kann man nur die hier oben gehen oder löchern soll grad sagen bitteschön schnapp sie doch mal ob das war das hier okay das war das hier ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen das mit der magie muss herausfinden aber für den anfang ist es nicht schlecht wenn wir das ist definitiv nicht mein problem sowas war nicht mein problem ich glaube ich noch gar nicht oder nein aber selbst da kommen wir auch nicht hin selbst da kommen wir auch nicht hin okay dann müssen wir glaube ich hier rum das glaubst du das gabst du aber wo halbisch hin was bist du und du halbisch was bist du moment 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 war ich da bisher noch nicht wie ich da vorher kann ich dann vorbeigelaufen anscheinend ja anscheinend ja sowas von ja hallo liebe blaue aber sowas von hallo die blaue bitte aber mitnehmen ok und wir könnten noch sagen hey ihr hier geht mal darüber und schlag das ding kaputt geht das könnte jetzt sie können es kaputt machen ok wunderbar damit wir nämlich auch drüber kommen wunderbar ach da oben ist ein portal ok gut dann bitte übertragen ich wollte gerade schon nachfragen wo die das ganze ding jetzt bitte hinschleppen aber mehr mana ist immer gut heißt mehr feuerwelle die schießen kann sag ich nicht nein dazu seid ihr alle da soweit ok alles klar dann holen wir uns jetzt das nächste der blauen so bitteschön alles mal einatmen und deswegen brauchen wir die grünen dafür davor selbst wenn uns gar nichts gebracht eigentlich schon früher herzukommen das auch noch nimmt alles mit alles mit soweit fertig und die feuchten höhlen das könnte man jetzt auch wieder falsch verstehen oder zwei durch oder drei durch verstehen aber ich natürlich nicht wie natürlich nicht das ist doch einmal so schlecht hier aus das gefällt mir besser als die gifthöhlen uns riecht doch wesentlich besser um das fall können wir uns kurz waschen da ist doch schon mal gut und ich möchte aber auch kaputt schlagen wenn wir schon mal da weißen die ganzen totus töten das wäre gar wunde prächtig natur hier weg mit ihnen weg mit dem dodos glaube ich bin die sind die sind massiv gerupft sogar wir können wo ist dann ist dann lässt von den macht die eier kaputt oder auch nicht okay ich hätte gedacht ich bin das eier töten und verboten machen aber anscheinend nicht so ganz nicht so ganz dann müssen wir mal gucken machen wir das am besten ihr kommt mal nach der drüben hin ich hoffe das funktioniert auch das können wir gleich mal moment erst mal die hier und wie schaut es denn hier aus naja guck mal her gucke mal her nein definitiv nicht das finden wir auch so heraus dankeschön wunderbar das wo ich nämlich immer haben für der anfang hier können wir niemanden rüberschicken das heißt wir müssen eh alle abgeben momentan schade ok was soll ist was soll ist bitteschön alle mann rein hier auch alle mann rein und die restlichen party momentan so lebt dann bitte alle rausnehmen ist hier noch irgendwas ja guck mal oder sagen soll ich das vielleicht machen ihr braucht mir ein bisschen zu lang für diese paar muscheln ein bisschen arg zu sagen ist sogar okay hier vielleicht noch irgendwas anscheinend ja okay ein bisschen panzerung panzerung ist niemals schlecht und vielleicht noch mal irgendwas immer schon unterwegs sind anscheinend nicht hier auch nicht hier auch nicht hätte sein können okay jetzt darf einmal hin das passt schon tragt das nest tragt das erst aber sowas von ja das ist echt bedauernswert sagen wir so wie da uns wird er kommt er kommt wunderbar so was hat die verglühende augen heidewitz gab vielleicht was zu machen irgendwas hier so momentan hat er das schön das schön das schön das schön moment mit komm mit komm mit komm wenn ihr könnt ihr auch nur freunds kaputt machen ja ich weiß es wird nicht die besten aber ihr könnt zumindest mal muschelschalen sowas mitnehmen das wäre zumindest mal ebers was sagen wir bitte randaliert hier hinten randaliert wie der eine ist halt wie der eine ist versucht ich meine man muss uns zuguteilen dass es überhaupt versucht so haben wir sonst noch was hinten nichts okay gepasst hätte sein können dass man irgendwo noch eine kleinigkeit haben ähm die blauen sind immun gegen magie und sie sind die einzigen schergen die magischen geschöpfen in diesem erbisch schaden zufügen können nice dann bitteschön räumt das gebiet leer räumt das gebiet leer von diesen irrwischen bauen wir nämlich nicht mehr soll man darüber wieder gehen dankeschön dankeschön so quasi guten szenen an dem ort wenn man das so quasi nennen darf und kann wo hatte ich nicht aber es entdeckt irgendwann mein halt da 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 kommt man ja kommt bei er hat gerade das interessantes entdeckt das wird euch bestimmt auch freuen und jetzt bitte also kaputt machen wo halte ich ihn wo halte ich ihn aber auch noch ein paar mehr nein die dürfte alle rauskommen wir dürfte alle rauskommen ich sage nicht nein dazu habt ihr nichts bekommen ernsthaft da war nichts drin da war nichts drinnen auch mann ich meine schön dass mit was opfern können da hinten aber ich hätte mir jetzt schon gewünscht dass wir doch quasi ein paar schützen noch bekommen das wäre jetzt richtig schön noch gewesen man kann ich ja mal sagen man kann ich ja alles haben einmal hinter ähm wie schön ich glaube ihr werdet wahrscheinlich dran vorbeilaufen so wie ich euch kenne ja definitiv sowas von definitiv ähm ok der weg mhm ok wir kommen hier auf jeden fall nicht so heißt wir müssen wirklich diesen weg da hinten nehmen ob ihr mitkommen einmal mitkommen und ein bisschen was hier töten mit mir doch auch ein bisserl was ja das kannst du gleich machen erstmal hier drüben vielleicht habt ihr glück und ihr bekommt noch irgendwie eine muschel oder sonst irgendwas raus im ganzen so ich weiß nicht unbedingt auf die einschlagen aber das weiß ich auch nicht schlecht ich wollte gerade sagen bitte mitnehmen bitte ein mitnehmen hahaha hier vielleicht noch irgendwas durchsucht die gebiete nein dann hier geht es weiter kleine fehlen etwaiges anderes geht hier alles mitnehmen alles töten alles mitnehmen oh hallöchen ich würde sagen wo geht ihr denn hin bitte dann durch den busch nach hinten noch hingehen da ist nichts und da ist nichts mehr wo geld jetzt eine feine sache kann können sie mir öfters bringt es nicht mehr dazu da hinten ok da ist noch was das wollte es nicht dass das persönliche ertragen muss oder nein ich glaube nicht ich glaube wahrlich nicht ja die dodos sind nicht die besten aber dafür haben sie ja mich jetzt sagen hol ihn doch mal wieder zurück ins leben wunderbar so wird es wieder mehr hauptsache wir haben genug zum heilen wie schön weg damit mal gucken was ist es bringen soll ah der weg ist frei für uns ok verstanden verstanden wenn wir auch den luft den basstuch geändert damit der links und rechts raus hier sind nicht mehr kombiniert in der mitte alles klar aber ich höre noch irgendwas anderes hier ist ja ein mechanismus hingang gesetzt noch ich bin gerade etwas unsicher wird ja einmal hin weil mein so viel wie wir gehen und dann einmal durchlaufen da können wir auch noch durchgehen da können wir auch noch durchgehen das machen wir auch noch kurz jup warum nicht aber mit den anderen dann hoffentlich mit den anderen oder dürfen wir das ist es in ordnung das wäre nämlich echt super anscheinend nicht anscheinend wirklich nicht was ist das nicht wie ich nein moment 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 ist haben wir gleich ist noch was ok wie wir müssen kurz was erledigen noch nur eine kleinigkeit nur eine kleinigkeit wir darf nicht hilfe spawnen wer das ja das ist im bereich des möglichen sowieso schaut ja jede menge hier von heute wunderbar umso besser dass wir davon ist ein paar mitnehmen können also was ich muss ok ich muss die zuerst weg machen wenn der schwachpunkt am kopf ist und wir assassin haben quasi damit beauftragt werden können hinterrücks anzugreifen oder werden wir das auch machen und erst mal hier also da ist nichts okay 1,2,3,4,6,7,8 ja das passt soweit wenn wir noch genug da die quasi jemanden heilen können gut dass ich das neben ihr das gesehen habe wunderbar sonst stecke nichts mehr rum passt würde ich sagen wir haben die einen zum heilen und die anderen zum angreifen ja das ist nicht schlecht ist auf jeden fall nicht schlecht so mitkommen alle mitkommen und das sagen hatte ich hin kommst wir nach oben kommst wir nach oben na 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 wunderbar ja ab mit dem kopf ab mit dem schädel au ähm nein wenn es geht bitte nicht ich wollte grad sagen ähm nein bitte lass das bitte lass das in ruhe höre auf die zu fressen ich glaube ich spinn ok wir haben ein paar verloren stehe ich fest wir haben bar ist ok ich brauche welche am wasser dran das ist jetzt verständlich das können wir machen dann bauen wir jetzt nochmal ein paar ja ich weiß mit queen position damit wir schneller agieren können aber ich brauche noch ein paar mehr grünen um überhaupt schaden anrichten zu können ähm ich bin doch drum her mit dir jetzt haben wir neun stück das sollte ausreichen damit sollten wir ihn jetzt noch vorhin kaputt bekommen ich kann sagen schlendern wir jetzt quasi rüber zum gegner oder was ich glaube ich bin ja okay moment 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 das ist definitiv nicht das was ich eigentlich machen wollte aber okay wenn sie unbedingt wollen dann macht es vor uns kaputt wird sagen dem smith ja dankeschön auf mich beantrag wunderbar so ist schön ist erwartet auch so auf ihn drauf macht ihn fertig okay das ist gut für uns sehr sehr gut funktioniert grüne bitte einmal und noch mal ein baum hin einfach zu gaudi dann gucken wir doch mal was ist was tropfen gewesen ich würde gerade sagen was zum henker die können bestimmt hier rüber laufen oder ihr habt ihr könnt darüber laufen wunderbar was haben wir jetzt noch wir kommen auch mal wieder ein paar normale was sagen bitte alles zurück bitte alles zurück das moment definitiv nicht so viele ok wir brauchen die blauen auf jeden fall ihr habt das ist schon mal klar na gut was es kommt hat so ist wenn ich jetzt die nicht bekommen kann müsste ja trotzdem funktionieren schätzungsweise beton auf schätzungsweise wo geht es vor allem was ein weiter weg er kann abseits geht schon verstanden und automatisch gespeichert ein portal ok könnt ihr das ist ein verbrachten ich glaube mal ja ich glaube mal ja ihr macht das hier noch fast kaputt könnt ihr nicht ernsthaft man okay das ist nicht ganz so schön gedacht das wäre zum möglichkeit weg mit dir so wenn wir das noch her der rüber lüchen sagen wo kommt ja schon da kommt weg mit dir jetzt sagen bitte einmal den blau den grünen mitnehmen und wieder beliebt ja herrlich passt 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 hier in der mitnehmen und weiter geht es weiter geht es an der stelle was für die kleinsten funktioniert dann funktioniert es bei anderen wiederum nicht wieder darum ok rüten grüten 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 grünen so ich bin doch darum macht ein kleines massaker an der stelle ja guck mal her guck mal her ich ist auch noch das krieg und her blaue mitkommen damit kommen wunderbar und bitte einmal dadurch gehen jedoch gehen und das zeug hier kaputt machen was wir bekommen können sogar zagen bitte aber das baue hier mitnehmen dankeschön und dann sagen wir wieder blaue daran alle waren daran schau mal wo können wir jetzt oh hallöchen jo ich sehe die große grüte auf jeden fall ich sehe definitiv die große grüte hier können wir nicht so und hier können wir auch nicht durch das heißt der feld sieht ziemlich gefährlich aus setzt sammelpunkte um eure schergen vorsichtig hindurch zu die kracht der schergen nutzen niemanden ok dann gucken wir mal bitte alle mitkommen wir brauchen kein punkt fest ist nur sowas war einmal so über und einmal so bringen und schon haben wir es ok und das ganze wird zurück so wie es ausschaut wo er hilfe noch nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir ha ha gerade so gerade noch so rechtzeitig gut alle mitkommen alle mitkommen die frage ist jetzt hier geht es dann weiter würde ich mal behaupten hier geht es weiter ich hätte gerne aber den richtigen großen vorschein getötet das wäre echt super können wir das arrangieren irgendwie das ist nicht ganz so viel gebracht stelle ich gerade fest wie wäre es denn mit alle hier entstellen alle hier entstellen ok der ist echt kein problem sowieso schaut alles klar wir machen kaputt dann stammen wir uns halt dankeschön ein paar seien ein kann jemand verwehren nehmen wir auch noch vor uns mit dann müssen wir halt ein bisschen was betreiben hier an der arbeit da waren wir schon mal die amüsieren sich da oben köstlich läuft ein bisschen geld und das war's okay wobei jetzt eine waffe aber ich bezweifle dass die kannst du eine waffe tragen mein guter doch gerade mal aus tatsache du kannst waffen tragen aber es gibt nur diese eine ok macht nichts macht nichts so quasi als schutzgahle oder wie jetzt also wieder getan ich bin verwirrt durch euch alle die für die für die für alle bitteschön wir die blauen freien machen weiß nicht wo sie es als nächstes hintragen möchten aber ich glaube ihr habt da oben okay passt ganz an das krieg probleme jetzt da noch irgendwo hin da komme ich nicht hin da komme ich nirgendwo hin schade ok schön die überlebenden haben wir alles kaputt machen warum nicht hier noch ein bisschen was kaputt machen wunderbar sie bekommen ein bisschen rüstung wie fällt mir doch auf die er will auf den ihr auf den jungen wenn sie so schaut bitteschön wenn es kaputt machen das können ein bisschen dauern moment für die andere noch her ich will ja noch her und auch noch ein bisschen mit hauptsache das zeug geht ganz schnell kaputt ok besser wesentlich besser aber wir hinten tun und weiter geht es ist ja quasi fast schon da lieber gerade sagen was gehen hier ab dann bitte mitnehmen wunderschön es ist denn hier los was ist denn hier das attacke als mit dem was mitnehmen können er ist einfach schön wenn zu viel auf einen draufhauen einfach nur wunderbar so und wird das ganze auch noch mitnehmen wenn wir schon können das sollte noch im bereich des möglichen sein bevor wir kommen oh hallöchen ja ging jetzt aber gut los so ich bin darum holen wir bitte alle wieder zurück die sehen kann ich nämlich gut gebrauchen wunderbar so haben wir hier und einmal dort wenn man so könnt könnt ihr das auch noch von uns mitnehmen wunderbar ok nummer eins mitgenommen zwei mitgenommen wunderschön und haben wir irgendwas glaube ja weniger oder zehn stück das können sie mitnehmen haben wir die chance hier was zu holen hier ist ein wasser weg okay der bringt uns gerade rein gar nichts hier möchten sie durchgehen so wie es ausschaut okay beißbild liegen lassen es ist immer blau egal bei welchem spiel blau ist irgendwie immer das anstrengendste was man haben kann habe ich so kreis das gefühl so hupele ich würde sagen ich bin doch darum wo hilfe hat er gerade einfach mal ihn gefressen ich glaube ich bin ich glaube ich bin so aber die ging jetzt gleich kaputt los geht's gerade sagen töten 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 wunderbar kleine fähchen hier glaube ich bin ich glaube ich bin so macht das ding kaputt und alles mit was ihr mitnehmen könnt ich auch noch voll ins komme oder was anscheinend ja moment moment hast du gerade sogar einfach mein gefressen ich glaube du spinnst ja dumme kröte auch alles war der wasserstrahl es war definitiv der wasserstrahl aber sowas von okay da ist die andere noch ähm ich muss ja mal kurz nachgucken alle sind da okay okay moment ihr alle herkommen dann sagen wir hier bitte dorthin mit für den notfall zwei blaue man weiß ja nicht man weiß ja nicht so ihr kommt mit ihr kommt mit dann geht es nämlich auch suchen ob ihr irgendwie waffen oder sonst irgendwas braucht passt soweit wunderbar okay dann auf zur anderen seite ach manometer so viel gerenne für die blauen ein glück dass ihr heiler seid müssen wir das ganze nämlich ganz anders ausschauen hier so bitteschön ach es hat er schon mitgenommen okay soviel zu dem thema dann bitteschön alle mitnehmen alle mitnehmen komm put 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 die erste seite ist schon mal bereinigt ich muss gleich auf der anderen seite noch machen ja der wasserstrahl ist immer noch vorhanden okay ihr hier und ihr kommt mit ok macht sich halt zu kaputt das ist auch nicht mehr zu md nein moment noch nicht dodos dodos brennt brennt und brennt ja das dürfte genau das sind genug sind genug ihr könnt euch gegenseitig hoch ein und sie trotzdem noch kaputt machen würde ich mal behaupten ich würde gerne runterkommen und helfen aber irgendwie ich würde gerne runterkommen und helfen aber irgendwie ich würde sagen wenn da noch eine ist kommt macht man falls fertig immer nach unten mit euch okay moment hier kommt er über halt halt macht sie kaputt wunderbar und zack hier bitte positionieren holt sie alle wieder zurück holt sie alle wieder zurück man 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 okay das haben wir als eine verduchte gehabt ich hab ein paar verduchte und ein paar kitzik kleine verduchte so spielte wenn wir bloß mit dem blauen hier spielen dürfen ja weg mit dem ding braucht doch eh keine mehr braucht ja auch eh keine hier ich bin so vor wenn es hier durch ist ja okay wir haben dich irgendwas was wir noch wissen oder sehen sollten hier nicht dort nicht dort nicht hier ist ein dodonest wir könnten mal sogar die gucken ob wir das irgendwie kaputt machen können nope das können wir nicht okay gut hätte das sein können dann auf geht's zurück wir machen die jetzt noch vor uns kaputt weil wir können es okay vergiss es vergiss es vergiss es dabei es funktioniert es funktioniert man muss einfach nur mehr gegenschmeißen als der gegner hat hehehe wunderbar dann muss wieder weg 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 so könntest du bitte runterkommen das wäre echt ganz ganz freundlich in Natur dann könnt ihr mich vorhin so platt machen kriegen wir wieder alle? ich glaube ja ja dankeschön weg 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 so okay zieht's passen oder durft mit denen können wir jetzt rausgehen mein Alarm ist nämlich grad schon am Ringe die ganze Zeit ich würde mal sagen dann mal dorthin und der andere Überschuss kommt hier rüber hin wunderbar und weiter geht's sag mir jetzt bitte wir kommen hier raus so viel Zeit hier verbracht da sehe ich doch schon was da sehe ich doch schon was okay hier ist was hier ist was okay das könnte jetzt noch ein bisschen problemlos werden weil die haben das genau dahingestellt okay nur mit blauen gut dann mache ich jetzt den kleinen Cut und wir sehen uns wieder wenn wir quasi da durchgehen was wahrscheinlich nicht gerade schön wird für uns aber macht es gut bis dato und wie immer Tschüss alle